Jetzt kommt eine ganz, ganz herrliche Angelzeit. Es wird langsam dunkel. Wir haben uns ein bisschen was Dickeres angezogen. Es wird gemütlich. Fini hat schon unten im Zelt ihr Plätzchen gefunden. Die ist ganz müde, gell? Marcel schält die Zwiebeln für unser Rumstick heute Abend, was gleich auf den Grill kommt. Guter Fisch. Holleinschang im Altarm auf den großen Totenköder. Wahnsinn, geht richtig vorwärts. Welsangeln im Altarm. Ein nicht ganz einfaches, aber doch sehr, sehr spannendes Thema. Jeder Angler kennt die urischen, naturbelassenen Altarme unserer Flusssysteme hier in der Heimat und weiß auch, dass sich da zahlreiche Fischarten drin tummeln. Doch die gezielte Fischerei, ja auch die Wels im Altarm, ist nicht ganz einfach. Wir haben stehende Wasserverhältnisse. Wir haben sehr, sehr viele, ihr kennt es schon ein bisschen im Hintergrund, Hindernisse im Wasser und zeitgleich natürlich auch tolle mögliche Angelspots. Aber wie ihr wisst, nicht unter jedem Baum, nicht unter jedem Totholzgebiet im Wasser steht auch ein Wels. Also das Platzangebot hier am Altrhein ist immens groß, aber nicht jeder augenscheinlich erstmal guter Angelplatz ist auch ein guter Fangplatz. Und wir sind in den meisten Altarmen, wie ihr es im Hintergrund erkennen könnt, ganz, ganz selten alleine. Zahlreiche Wassersportler suchen natürlich auch diese ruhigen Flusszonen, um ihre Yachten hier zu verankern, um zu paddeln, um Wassersport zu betreiben, um einfach eine schöne Zeit zu haben. Und da müssen wir Angler uns ein bisschen mit arrangieren, um beim Auslegen unserer Montagen keine Probleme zu bekommen und um auch sicherstellen zu können, also es gewährleisten zu können, wenn hier ein großer Fisch beißt, dass der im Drill nicht etwa durchs Ankerseil von der Yacht da im Hintergrund durchschwimmt. Wir nehmen euch mit zum Welsangelabenteuer hier im Altarm. Ich habe jetzt gerade unser schwimmendes Zuhause beankert. Die Uferpartien hier sind absolut nicht zugänglich und in den Büchen drin im Schatten tummeln sich unzählige Mücken. Also da will kein normaler Mensch wirklich drin sitzen. Deswegen sind wir aufs Boot gegangen, haben uns einen schönen, gemütlichen, sicheren Ankerplatz gesucht und beginnen jetzt mit der Platzwahl. Jetzt geht es erstmal aufs Schlauchboot. Wir nehmen euch mit. Wir gucken uns unser Angelareal hier im Altarm jetzt erstmal in Ruhe an. Dieser Altarm ist sehr weitläufig. Also wir haben wirklich viele, viele Möglichkeiten hier und treffen dann die Entscheidung, welche Montagen zum Einsatz kommen. Es ist so heiß, man hat eigentlich überhaupt keine richtige Lust hier unser gemütliches und schattenspendendes Bootszelt zu verlassen. Da hinten liegen sie, die müden Krieger. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Fini ist komplett am Arsch. Marcel chillt. Der begleitet mich jetzt bei dieser Tour. Und ich hoffe doch, dass wir es hinkriegen, für dich mal deinen ersten guten Rheinwälz ans Band zu bekommen. Kann ich auch mal. Ich mache mich jetzt mal raus zur Platzerkundung. Marcel hält hier Wache über unser Boot, obwohl ich nicht glaube, dass hier irgendwas wegkommt. Denn hier unten werden es immer mehr Yachten um uns herum. Die kreisen uns jetzt richtig ein. Ich hoffe echt, dass das kein Nachteil fürs Angeln ist. Aber ich habe euch ja vorhin schon mal erklärt, dass diese Altarme auf den ersten Blick relativ einfache Angelmöglichkeiten einem vorgaukeln. Aber das stehende Wasser und die zahlreichen Wassersportler, die diese Bereiche hier aufsuchen, kann schon seine Tücken haben. Ganz spannend. Guckt mal hier. Ein Haufen totes oder absterbendes Kraut löst sich hier anscheinend aktuell vom Gewässerboden. Kommt alles an die Oberfläche und macht so einen richtig starken Teppich hier auf dem Wasser. Die Altreinwaller werden das gewohnt sein. Aber ich bin mal gespannt, wie sie darauf reagieren. Probieren werden wir es auf jeden Fall. Ich hoffe bloß, wir nähern uns jetzt dem Wochenende, dass nicht noch mehr Yachten hier neben uns den Ankerplatz suchen. Hier kommt gerade das nächste Partyboot vorbei. Die Leute winken alle, sind furchtbar nett. Aber die verankerten Yachten hier in der Nähe unserer Angelplätze sind natürlich auch eine Scheuchwirkung für die Waller. Ankerseile gehen ins Wasser. Das ist ein Problem, wenn man einen guten Fisch drauf hat, dass der Fisch vielleicht im Drill da durchschwimmt oder unter so einer Yacht hindurch schießt und wir dann mit unserer Angelschnur im Ankerseil hängen bleiben. Aber es ist halt so. Wir müssen uns arrangieren. Jetzt kommen noch ein paar Schwäne auf uns zu. Also wirklich eine traumhafte Natur und wir sind wirklich froh. Viele Altarme werden ja mittlerweile zu Naturschutzgebieten erklärt, dass noch einige auf jeden Fall für uns Angler zugänglich sind und wir hier diese tolle, spannende Natur uns mit anderen Wassersportlern teilen können. So, ich verlasse jetzt unser gemütliches Boot. Das stelle ich euch nachher nochmal vor, wenn wir genau auf dem Boot leben und hausen und fahre mal raus mit euch, mit dem Schlauchboot, mit unserem Beiboot. Dann schauen wir uns mal das Angelareal genauer an. Vielleicht finden wir sogar ein paar Fische. Das Wasser ist relativ klar. Polbrille, um die Lichtbrechung auf dem Wasser zu durchbrechen, habe ich dabei. Das sehe ich relativ gut. Und eine Spinnrute werde ich mir auch einpacken. Denn schon öfters war ich hier auf Platzsuche und konnte irgendeinen Raubfisch unter einem überhängenden Baum stehen sehen und hatte nichts dabei. Und dieses Mal habe ich auf jeden Fall eine Spinnrute dabei. Auf geht's. Fahren wir mal raus. Ich wollte jetzt gerade losfahren und da im Hintergrund seht ihr, was ich meine. Da kommt das nächste Fahrtiboot. Hoffentlich parkt er nicht genau in der Flucht von den Routen, die ich später hier auf Grund ablegen will. Denn dann müssen wir uns auf jeden Fall irgendwas einfallen lassen. Schnüre müssen wir auf jeden Fall absenken bei den Grundmontagen. Denn ihr seht ja, die kommen relativ nah an uns vorbei. Der Altarm ist ja auch nicht der breiteste. Damit sie nicht aus Versehen natürlich unsere ausgelegten Angelschnüre in ihren Motor bekommen. Aber jetzt schauen wir uns erstmal den Platz an. Bis jetzt fährt er noch vorbei. Drückt die Daumen. Aber da unten ist schon richtig Alarm. Da ziehen so viele Yachten jetzt hier rein. Wir wollen halt auch ein schönes Wochenende in der Natur verbringen. Muss man akzeptieren. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann! Wir finden hier im Altarm zwei ganz unterschiedliche Uferpartien vor. Hier im Hintergrund seht ihr eine Steinpackung. Das ist das Ufer des Altarms zum Festland, das gegenüberliegende Ufer, das Inselufer. Das ist ein Naturufer, da liegt richtig viel Totholz drin. Einzelne Krautfelder konnte ich schon erkennen. Aber auf beiden Uferseiten finden wir dieses Abgestorbene. Riecht auch etwas komisch. Fini, wie findest du den Geruch? Boah! Mottrige Kraut, was jetzt aus irgendeinem Grund abstirbt. Wahrscheinlich, weil die Wassertemperaturen jetzt richtig schnell, richtig warm geworden sind. Das Naturufer gefällt mir zum Welsang natürlich besser. Ich muss jetzt nur mal ein bisschen beobachten, wie sich die Jachten hängen, dass ich dann auch noch Platz habe, meine Routen einigermaßen vernünftig auszulegen. Fini macht es sich wieder gemütlich. In diesen Altarmen hier werdet ihr natürlich immer auf andere Wassersportler und Bootsfahrer treffen. Und die Fische kennen natürlich auch diese Störquellen. Die Boote sind ja nicht erst seit gestern hier. Es geht ja schon jahrelang, dass hier sich die Jachtsportler, die Freizeit, Bötchenfahrer reinlegen und eine coole Zeit verbringen. Aber ich muss mir jetzt halt wirklich überlegen, wie wir es machen, dass wir unsere Montagen relativ sicher auslegen. Ich glaube, wenn es dunkel wird, werden die meisten sich eh in ihre Kajüten verziehen. Aber wenn halt ein Boot dabei ist, was die Mucke anmacht und Party macht und richtig auch Krach aufs Wasser bringt, wird es natürlich dritten der Nehme im Angeln schwierig. Aber das kann ich jetzt halt aktuell sehr schwer abschätzen, weil wir jetzt frühen Nachmittag haben und es kommen immer wieder Boote rein. Es fahren wieder Boote raus. Ich weiß noch nicht, welche von den Booten auch über Nacht bleiben werden. Das wird sich zeigen. Ich fahre jetzt erst mal hier noch ein bisschen rum. Vielleicht ändern wir auch noch mal im Notfall unseren Angerplatz, wenn ich einen besseren Platz finde und suche mal das flache Wasser ab, ob ich irgendwo Fische sehe. Denn ich will ja auch noch ein bisschen mit der Spinnrute arbeiten. So finde ich, du musst jetzt mal hier runter. Ich will ein bisschen werfen. Ist das okay? Komm, geh mal runter. Geh mal vorne drauf. Einige von euch haben es jetzt wahrscheinlich schon erkannt. Ich habe hier einen ganz neuen spannenden Köder dabei. Die Testphase ist rum. Der Köder geht jetzt in Produktion. Diesen Köder habe ich in Zusammenarbeit mit Dietmar Isaias entwickelt für die Black Hat Range. Den wird es in zwei verschiedenen Modellen geben. Einmal mit so einem starken Schaufelschwanz hier hinten dran und einmal mit einem Twisterschwanz. Das spannend an diesem Köder, er ist aus vielen einzelnen Gummilamellen aufgebaut. In der Mitte gibt es eine durchgehende Gummiachse und außenrum liegen ganz viele Lamellen, die zur Mitte, zum Bauch des Köders hin breiter werden und zum Schwanz wieder im Durchmesser geringer. Dieser Gummiköder hat durch die spezielle Lamellenform, man könnte es auch nennen, skelettartige Form, ganz tolle Laufeigenschaften. Ich zeige es euch gleich mal, wie der im Wasser abgeht und er eignet sich hervorragend zum Wurfangeln auf Wels oder auch zum Vertikalangeln. Aber ich bin mir auch sicher, dass Hechtangler auf dem Black Hat Worm stehen werden. Hier im Rückenbereich des Gummiköders habe ich eine Unterbrechung der Lamellen. Dieser Bereich ist extra dafür gedacht, dass ihr hier euren Chickhaken perfekt einsetzen könnt oder in Verbindung mit unserem Shed Claw System. Hier könnt ihr den Einzelhaken mit den Halteklammern ganz toll versteckten in Lamellen fixieren und erhaltet ganz ganz tolle Laufeigenschaften. Ich werde mich jetzt mal hier über den Flachwasserbereich streiben lassen. Hier kommen jetzt schon die ersten Krautfelder auf mich zu und werde während der Blattsuche doch mal ein paar Würfe mit unserem neuen Wurm machen. Ab Herbst 2020 ist er im Handel. Da kommt auf jeden Fall ein richtig geiler, hochfrequenter Aktivköder zum Werfen oder zum Vertikalangeln auf euch zu. Ich denke, ihr konntet gut erkennen, wie fantastisch der Black Hat Gummiewurm läuft und die Lamellen schon unter ganz leichtem Zug auf den Köder Wasserverwirbelung erzeugen, die dem Köder dadurch eine ganz realistische, eine ganz natürliche Schwimmeigenschaft verleihen. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen rumtigern. Vielleicht finde ich ja irgendwo noch einen Bereich, wo dieser Algensalat hier an der Oberfläche etwas freier wird. Den Wind, den ihr im Hintergrund hört, der hilft. Vielleicht bläst ihr irgendwo das absterbende Kraut ans Ufer. Fürs Wälzangeln mit Grundmontagen oder mit Freestyle-Montagen später in den Bäumen sehe ich überhaupt kein Problem. Ich muss es ja nur schaffen, den Köder unter dieses Treibkraut zu setzen. Aber beim Wurfangeln hier ist es doch sehr sehr hinderlich. Schauen wir mal, ob wir ein paar Fische finden. Na, das hat ja auf Anhieb gleich bestens geklappt. Habt ihr dann gesehen, den großen Laichprassenschwarm, waren bestimmt 20, 30 Fische, die hier durchs ganz flache Wasser des Altarms gezogen sind. Und dort, wo die Prassen unterwegs sind oder größere Futterfischschwärme, dort sind natürlich die Räuber nicht weit. Schaut mal, hier wird es richtig flach und hier habe ich eben diesen Fischschwarm gefunden. Wir fahren jetzt nochmal rüber zur Platzsuche aufs andere Ufer, auf das Ufer, was richtig natürlich noch ist, was richtig verwachsen ist, wo die ganzen Bäume rüberhängen und wo auch einiges an Totholz im Wasser liegt. Das gesamte Ufer hier drüben hat eine durchschnittliche Wassertiefe von zweieinhalb, stellenweise drei Meter. Und man erkennt auch relativ viele Unterwasserhindernisse auf dem Echolot. Also da ist richtig Baum und Wurzelwerk unten drin. Aber genau solche Bereiche sind es ja, die die Fische lieben und wo der Waller auf jeden Fall einen perfekten Unterstand findet. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter gucken, auch in unmittelbarer Nähe von unserem Ankerplatz. Fini, das ist mein Essen. Ich habe noch gar nichts gehabt. Du hast dort früh schon wieder gefrühstückt. Ich muss mir jetzt mal schnell was reinhauen. Weil bis es Essen gibt, bis die Ruten ausgelegt sind, bis Ruhe auf dem Boot einkehrt und wir heute Abend den Grill anmachen werden bei dem herrlichen Wetter, haue ich mir zu einem köstlichen By-Food-Schoko-Riegel rein. Soll ich dir auch mal probieren. Mega lecker und macht satt! Fini ist natürlich der ultimative Wallerspürhund. Die sitzt die ganze Zeit auf der Schlauchbootspitze und sobald sie einen Fisch wittert, macht sie kurz und ich weiß Bescheid und dort landet dann die Montage. Die hat die Nase hier schon im Wind. Musik Schaut euch doch mal diesen geilen Angelplatz an, wie im Bilderbuch oder besser gesagt im Wallerbuch beschrieben. Der Baum ragt ganz weit ins Wasser rein, darunter eine Wassertiefe von fast drei Metern. Und hier drüben wird auch dieser Alkenteppich etwas auf. Der Wind bläst jetzt wahrscheinlich aktuell auf die andere Altarmseite rüber. Also diesen Bereich hier, Fini hatten gewittert, werden wir auf jeden Fall heute Abend versuchen zu beangeln, sofern sich keine Yacht in unseren Schnurweg noch legen wird. Jetzt fahre ich erstmal zurück in den Schutz des schattigen Bootszeltes auf unserem Boot. Es ist sehr, sehr heiß. Eine Stunde Siesta machen. Dann bereiten wir die Montagen vor. Und bin gespannt, ob es hier im Altarm einen Wels gibt und ob Fini die richtige Nase hatte. Was meinst du, fangen wir hier ein? Ja? Sie sagt ja. Und hier drüben. Und hier drüben. Hier drüben. Und bis jetzt hier drüben, pooja. Und bis jetzt. Und bis jetzt. Ich sag's euch rüber. Und dann. Und bis jetzt. Los geht's. Wir sind jetzt. Und bis jetzt. Das war's für heute. wir haben 18 uhr die sonne ballert immer noch gnadenlos auf uns runter im hintergrund seht ihr unser boot stehen ich bin jetzt mal hierüber in den uferschatten gefahren finde ich wollte mal raus die muss pipi und wir haben die erste montage vorbereiten werden jetzt mit dem auslegen beginnen die jachten werden immer mehr deswegen werden wir die route die wir nach unten im altarm ziehen also den bereich wo der altarm seine öffnung zum haupt rein hat mit einer grundmontage legen ich habe jetzt hier mir ein relativ kurzes vorfach gebaut mit zwei u-posen einmal die eva u-pose mit 10 gramm darunter eine rote u-pose das stehe auf menschen das kennt ihr obendran der haarmontage damit ich nicht so viel gewicht wie von dem drilling habe wir haben hier ganz ganz wenig strömung und durch die zwei kleinen sehr unauffälligen u-posen erhoffe ich mir dass es vorfach sich vom grund aufstellt leichten der strömung streckt und das taubom bündel schön knapp über grund präsentiert wenn jetzt mal hier richtig schön beködern richtig saftiges bündel kommt darauf erfahrungsgemäßen gewässern mit stehenden bis ganz ganz langsam fließendem wasser sammeln die welt auch viel am grund ich denke werden auch einige muschelfelder sein und da ist so ein happen knapp über grund präsentiert immer ganz gut und auch fängige möglichkeit ich hoffe nur dass wir nicht so viel mit esser haben denn je wärmer das wasser ist desto mehr sind auch basche weiß fische die grundeln hier am rhein aktiv und klauen uns da die würmer runter das sieht doch lecker aus an den wirbel werde ich jetzt hier einen stein setzen ich muss die rute ja nicht werfen sondern kann es mit dem boot auslegen hier ist eine 35er mono drauf wenn der baller dann das taubom bündel einsaugt und sich wegdreht kriegt da auf jeden fall hier einen stattlichen stein zu spüren hakt sich im besten fall bereits selbst und der drill beginnt wir müssen auf jeden fall noch ein bisschen warten mit den ruten die ich ins ufer spannen möchte ihr seht ihr hier im hintergrund zahlreiche paddler kommen auch hier in der seite hoch aber das kriegen wir hin jetzt fahren erst mal die grundroute raus und da habe ich mir eine ganz spannende absenckmethode überlegt um nicht gefahr zu laufen wenn hier eine jacht wieder hochkommt und relativ nah an uns vorbeizieht dass sie die schnur nicht bekommt und dass wir nicht das ganze pappel und algenzeug was jetzt in der oberfläche treibt die ganzen pappel und algen zeug pappel blüten in unserer ablaufenden schnur einsammeln was ich da genau mache zeige ich euch jetzt wir haben hier draußen in der mitte des altarms eine wassertiefe von knapp drei metern und die steigt dann langsam zum ufer zu dem ganzen totholz hier am ufer auf ich suche mir jetzt exakt den bereich wo die uferkante langsam hochläuft und dort werde ich die erste montage die erste grund montage absetzen aber wenn hier ein guter fisch kommen sollte ihr seht es ist relativ eng alles wir wurden gut zugeparkt heute abend so hier geht es jetzt noch mal runter auf drei meter wassertiefe das schaut ganz gut aus und direkt angrenzend geht die kante schön das naturufer hoch überall die bäume jetzt wird die erste rute ich bereite mir jetzt schon mal alles vor ich werde meinem wurmbündel noch ein bisschen geruch verleihen weil die fische oft in stehenden bereichen sehr stark auf sowas reagieren und am grund geht es bestimmt gerade geruchlich rund das reimt sich sogar weil ja das ganze kraut abstirbt also da unten wird es richtig vorwärts gehen und so ein richtig stinkender happen stinky calamari kommt er jetzt zum einsatz hoffe ich wird die waller begeistern habt ihr das gesehen? da kam ein fisch genau hinter unserem boot hoch also ein bisschen was ist los und der kam ja auch in direkter flucht zu der jacht da hinten hoch also ich denke mal die fische wird es nicht werden die jachten hoffentlich nicht stören so das setze ich jetzt hier schon mal rein lege mir dann die rute mit geöffneter rolle direkt vor mich fahre jetzt noch mal langsam in die aufsteigende kante am ufer rein und lasse das ganze ab und um jetzt nicht die ganzen pappeln direkt in der schnur einzusammeln halte ich meine rutenspitze unter Wasser denn dieses zeug was ihr treibt klebt ohne ende auf der schnur und fahre so auf direkten wege an mein boot oder ihr an euren angelplatz wenn ihr vom ufer aus angelt auf der wasseroberfläche wir haben jetzt heute abend wirklich glück dass diese absterbenden krautfelder ein bisschen auf die andere uferseite geblasen wurden aber ein bisschen was kommt hier noch runter und um eine schnur da nicht komplett damit zu verkleben und das ganze zeug einzusammeln rutenspitze unter wasser auch für karpfenangler ein super trick oder tipp wenn ihr dreck auf dem wasser habt auf der wasseroberfläche nach dem ablegen spitze unter wasser und dann zurückfahren ich finde ich freut sich dass wir wieder da sind die erste rute sitzt ihr seht jetzt dass ich einen ganz ungünstigen schnurwinkel habe wir befinden uns mitten auf dem altarm hier sind wir verankert und angeln die erste rute an die kante zum gegenüberliegenden ufer die rute steht aufrecht im boot die schnur läuft kerzengerade zum stein hin wir sammeln einen haufen unrat jetzt mit dieser schnur und laufen natürlich gefahr dass uns irgendein anderer wassersportler die natürlich nicht damit rechnet dass hier irgendwelche verrückten welsangler im altarm angeln in die montage rein fährt und ganz klar der dritte grund die fische werden natürlich eine schnur merken die relativ schräg durchs wasser läuft zum stein hin und vielleicht den angelplatz umschwimmen ich werde jetzt folgendes machen ich werde unsere haupt schnur direkt hier am boot noch mal absenken ihr kennt das mit dem absenken das mache ich oft in italien das mache ich auch oft hier in der heimat wenn ich am hauptfluss angele mit großen steinen einer zweiten reißleine aber hier in relativ ruhigen bereichen ist das überhaupt nicht nötig da kommt ein anderes hilfsmittel zum einsatz ich hole jetzt erstmal meine rute zurück dass ich an die schnur rankomme habe jetzt hier in der hand meine ablaufende schnur zum stein hin gefangen und werde jetzt unser blackhead absenkblei einsetzen das ist eine ganz tolle sache karpfenangler kennen sowas vielleicht nur nicht in der gewichtsklasse wie wir es beim welsangeln verwenden aber für uns welsangler die in gewässern unterwegs sind mit relativ wenig strömungen in stehenden gewässern in großen seen ist natürlich oft auch ganz wichtig die schnur nach dem ablegen abzusenken damit surfer segler alle möglichen leute drüber fahren können und wir natürlich dadurch auch sehr unauffällig angeln nicht gleich jeder direkt die dicken schnüre laufen sieht und um die fische am angelplatz nicht zu verschrecken da unsere schnur schön dicht am grund liegt auf der einen seite hinten an der öse ist das blei mit einer starken schnur fixiert auf der anderen seite habe ich hier so ein wickel brettchen da ist ordentlich schnur drauf auch eine dicke schnur damit ihr das blei nach dem biss sicher wieder bergen könnt und dieses absinkblei von uns kann ich ganz einfach unterschiedlichen schnur stärken anpassen ich habe hier oben an den zwei herausragenden träden die gegeneinander gespannt sind zwei kugeln kugeln und die rutscht die schnur ganz gut rein und hier unten dran liegt ein ganz starker gummi und diesen gummi schiebe ich nach oben in richtung der kugeln und indem ich den gummi nach oben schiebe erhöhe ich den druck auf die zwei kugeln die halten dann ganz zuverlässig meine baller schnur dieses teil werde ich jetzt genau hinter dem boot auf den grund runter lassen ich habe jetzt hier eine wassertiefe von drei metern werde mir die also zuvor abwickeln erstmal hier oben sichern gehe jetzt hier nach hinten hinters boot und lasse das absenkblei mit meiner baller schnur zum grund runter ihr seht wie schön die schnur jetzt runter gezogen wird genau hinterm boot absenkblei ist unten jetzt gehe ich wieder meine rolle bringt die ganze montage auf spannung meine ablaufende schnur hin zum wurm bündel geht jetzt direkt hinter dem boot senkrecht zum grund runter an mein absenkblei ran das wickele ich mir jetzt wieder ein bisschen auf und fixiere die halte klammer hier hinten an meinem guten halter überschlage die ein paar mal stört überhaupt nicht das gleiche könnt ihr genauso machen wenn ihr in einem kanal vom ufer aus angelt einfach schön runter lassen schiffe können über eure montage fahren selbst wenn ihr auf der anderen kanal seite angelt und die meisten die jetzt unser boot passieren checken nicht mal dass hier überhaupt geangelt wird weil einfach nur die rutenkerzen gerade in der luft stehen und die schnur im direkten wege nach unten geht nächste montage kommt jetzt aber direkt drüber in die bäume und da müssen wir ein bisschen glück haben denn die will ich freestyle in das totholz angeln was ich euch vorhin schon auf der kamera gezeigt habe ich habe natürlich jetzt den vorteil dass ich auf der engen seite vom altarm bin also schön hoch spannen kann und ich hoffe dass die mädels da im hintergrund dass die auf jeden fall jetzt solange die noch unterwegs sind meine schnüre in der luft sehen und dass keine große jacht kommt die genau hier am ufer patrouilliert aber eine schnur die direkt über dem wasser gespannt ist ist dann genauso unauffällig sammelt auch kein dreck und keine paddelblüten aber es darf halt keine große jacht kommen die auf diesen engen wege jetzt hier noch durch will denn dann müssen wir abreißen reinholen hier drüben am angelspot den sich finny vorhin auch ausgesucht hat ist es richtig richtig angenehm hier ist schön schattig die hitze macht einen wirklich platt vor allem wenn man ganzen tag auf dem wasser frei angand der sonne ausgesetzt ist ohne boot zelt wäre das wirklich eine qual ja jetzt ganz wie die draußen auf den jachten das da mitmachen aber für dieses wahrscheinlich mega angenehm wahrscheinlich haben sie auch klimaanlage auf dem boot und immer kühlschrank dabei mit kalten getränken so hier hinten seht ihr unseren baum wenn ich natürlich meine montage hinter den baum setze unser boot steht fluss abgesehen des altarms werden wir den wälz wahrscheinlich den baum reinziehen also werde ich den köder direkt vor den baum setzen und gleich vom boot wenn ein biss kommen sollte druck darauf ausüben zu können meine auslegeschnur ist befestigt ich fahre jetzt erstmal langsam rückwärts raus bis ich den exakten angelplatz gefunden habe wo ich es präsentieren möchte ihr habt ja vorhin auch auf dem echelot gesehen ziemlich viel totholz auch im wasser drin falls langsam zurück hier auf dem echelot könnt ihr es auch gut erkennen direkten ufernähe sind auch bäume im wasser relativ viele hindernisse ich gehe jetzt auch mal in einen anderen echelot modus rein hier drüben die striche die ihr seht sehen ja für manche angler auch aus als ob es fische wären aber hier drüben moment ich putze es euch mal sauber auf der fotogetreuen ansicht seht ihr dann schon dass es sich um holz und wasser handelt ich gehe jetzt so weit raus bis ich genau hinter dieses holz komme jetzt wird das wasser sauber hier kommt noch ein kleines ästchen hier unten liegt auch irgendwas am grund aber jetzt wird es langsam sauber ich ziehe jetzt hier meinen ausleger ich nutze hier in den altärm bei uns in der heimat unauffällige ausleger in der farbe schwarz ganz wichtige trotzdem für mich das reflektorband wenn ich nachts ein bisbekommen und nachsetzen möchte habt ihr teilweise keine chance wenn ihr dunkle unauffällige ausleger benutzt die wieder zu finden denn wenn der baller beißt schnell das ding zurück fliegt irgendwo in die hecke rein findet ihr nie wieder und diese ausleger mit dem reflektorband außenrum erkennt ihr ganz schnell mit der kopflampe bei der nächtlichen fahrt und eben die paddler oder irgendwelche anderen leute die es nichts angeht die erkennen sie nämlich nicht unten dran ist ein stück monophile schnur kurz gehalten wie es von mir kennt eine 35er reißleine reicht hier in dem fall und jetzt komme ich zur beköterung meiner montage hier seht ihr schon eine ganz spannende route die solid bank kommt jetzt auch im herbst auf den markt ihr kennt ja alle die solid fun unseren fun stock der nahezu unzerbrechlich ist eine vollkarbon rute mit einem 30 tonnen blenk die jedem weil er stand hält und trotzdem sehr sehr dünn ist nahezu federleicht mit dem rüttchen experimentiere ich gerade rum und bin jetzt auch zu einer finalen lösung gekommen am design werde ich noch etwas ändern für die leute die sagen immer zu viel gelb drin das gefällt mir nicht die werden glück haben denn die wird richtig schick schwarz auf meiner montage habe ich oben einen kleinen 50 schwimmer montiert darüber einen reißleinen adapter jetzt folgt mein vorfach und hier werdet ihr jetzt was spannendes sehen ich habe jetzt nämlich lange überlegt dadurch dass ich den prassenschwamm da oben im flachwasser gesehen habe möchte ich auch einen relativ großen köder erzeugen denn es kann sein wenn die prassen jetzt hier laichen und die baller auf die prassen richtig abfahren oder laichende fische in den hecken suchen wollen sie einen großen haben denn in dieser größe sind auch gerade die beutefische hier im altarm unterwegs wir haben sie selber mit eigenen augen gesehen solche xxl köder habe ich natürlich aktuell nicht am start und deswegen habe ich mir ein vorfach gebaut mit einem frontzone blei drüber ich werde wieder unterschiedliche bleie testen und einsetzen hier habe ich jetzt das ganz normale von zum blei in schwarz dabei das nächste vorfach wird das clone the dark blei tragen damit ich wieder schön testen kann auf was die fische stehen wir haben ja hier ein sehr sehr klares wasser kann man das schön probieren auf meinem vorfach habe ich zwei ghost hooks montiert und einen relativ großen einzelhaken auf die beiden ghost hooks werde ich die tote forelle setzen hier kommt der hacken einen ghost hook setzt sich dabei der forelle direkt an den kopf und den zweiten ghost hook setzt sich der forelle in den rückenbereich damit sie schön aufrecht steht und eben eine einfache beute hier unter den hecken imitiert und auf diesen haken um meinen köder um das ködervolumen noch mal zu vergrößern werde ich richtig ordentlich tauwurm drauf bringen jetzt dadurch habt ihr bei der präsentation später einmal die silhouette des köderfischs und darüber ein pulsierendes tauburmbündel was dem köder noch bewegung verleiht und ich denke so ein räuber der auf irgendwelche laischenden fische auf einfache beute hier unter den hecken mit den alt armen aus ist der sollte doch da interesse schöpfen und zupacken morgen müssen wir auf jeden fall wieder einen angeladen ihr seht es ja gerade selbst die passe noch fit aber selbst in der kühlbox bei den temperaturen leiden doch die tauwürmer auch sehr stark und es eigentlich quatsch sich in dem fall solche 24er dosen zu holen weil die hälfte wirklich anfängt zu kochen das nächste mal lieber kleine dosen und die irgendwie besser im kalten verstauen so habe ich mir das vorgestellt hier ich sehe das nochmal schön den hinteren haken werde ich nochmal ein bisschen umsetzen weil sonst die forelle zu gerade im wasser hängt das gewicht geht natürlich im wasser dann verloren der ghosthook wird es dann wahrscheinlich nicht halten aber jetzt bei der uferpräsentation ich setze diesen noch ein bisschen mehr in den rücken rein vielleicht sind zwei haken auch überflüssig aber wenn er vorsichtig bei ist es mir doch lieber jetzt steht sie schon relativ schön gerade die würmer locken direkt drüber und es ist auf jeden fall ein ganz schön krasser geruch die forelle ist jetzt schon längere zeit aufgetaut die habe ich tiefgefroren von zu hause mitgebracht aber ist doch ein geiler happen hier direkt an den hecken so dieses system verbinden wir jetzt mit unserer reißleine jetzt machen wir erstmal die Hände sauber bevor Fini nachher wieder das ganze boot abschlappert wenn wir zum Gassigehen fahren so wir fahren jetzt langsam rückwärts raus unseren ausleger schön weit oben angebunden in den hecken ich verbinde jetzt die reißleine hier mit meinem reißleine adapter überhalb des schwimmers lasse das ganze system mal ins wasser das ist jetzt erstmal absinken und stelle mir jetzt meine Tiefe ein mit einer Tiefe von 2,40 m ich möchte mindestens 1 m über Grund meine Montage präsentieren ich stelle die Tiefe zum Köder von 1,40 m ein und rechne dann den Anbindepunkt dazu im oberen Bereich kommt jetzt der Schlag über das Knicklicht das habe ich euch schon oft gezeigt jetzt geht es auf direkten Wege zurück zum Boot und drückt uns die Daumen dass jetzt in der Abenddämmerung nicht noch eine Yacht genau hier auf unserem Angelplatz parken will der Platz ist doch heiß oder also wenn ich ein Waller wäre und will so ein paar Leichtbrassen fressen würde ich genau in diesem Baum schwimmen und Fini hat es ja vorhin schon mit einem Schwanz wackeln bestätigt schön die komplette Schnur aus dem Wasser rausspannen sonst ist es sinnlos und wir sammeln doch wieder dieses tote Kraut Kraut Klöckchen drauf die Glocke braucht ihr nicht so weit oben setzen wie beim Ufer angeln das Boot bewegt sich alles ein bisschen und umso weiter oben dann die Glocke an der Route hängt umso eher gibt es auch ein Signal wenn überhaupt kein Alarm ist und hier unten im unteren Bereich seht ihr ja kann ich jetzt schon ein bisschen mich bewegen und erst wenn der Fisch kommt klingelt das Teil Fini, ich habe genau an dem Baum den Köder hin gebunden wo du vorhin mir signalisiert hast da ist ein Wels okay na gut so weiter geht es mit der nächsten Route hier ich habe es euch ja vorhin schon draußen erzählt ist ein Cloned Darkfront so ein Blei drauf dieses Blei lädt sich bei Tageslicht auf und funktioniert wie so ein Glühwürmchen bei Nacht direkt vor dem Köder unter Wasser habe ich ein Zweierhaken System hier werde ich einen kleineren Totenköder präsentieren und dann kommt noch ein Tauwurmbündel raus die fahren wir jetzt noch raus und dann lassen wir hier Ruhe einkehren und sind sehr gespannt ob trotzdem Trubel hier im Altarm und weil er bei uns einsteigt ihr könnt runter durch ihr könnt runter durch da seht ihr gerade das beste Beispiel kommen zwei Mädels mit dem Stand Up Paddel und die sehen die Schnur jetzt gut die kann ich noch ein bisschen hochheben und da kommen die ganz problemlos unten durch gibt keinen Stress ich habe mich nur gewundert ja, nee, wir wollen die halt so hoch hängen weil so viel Dreck auf dem Wasser ist aber ihr habt es ja gut gesehen seht ihr? ich habe gedacht, irgendwas ist da genau, da ist was, ja so einfach kann man es als Welsangler haben wenn man ein bisschen aufeinander acht gibt ein bisschen nett mit den Menschen spricht gibt es auch keine Probleme die Mädels waren doch ganz begeistert die haben sich natürlich am Anfang gewundert das machen ja die meisten Fußgänger oder Passanten die nicht wissen wie ein Welsangler angelt aber dann muss man es halt schaffen ein bisschen zu erklären was man macht warum es so aussieht und dann können auch keine Irrtümer oder irgendwelche falsch gedeuteten Beobachtungen von Passanten oder anderen Wassersportlern auftreten und es gibt keine Probleme so einfach ist es das war das war das war das war jetzt kommt eine ganz ganz herrliche Angelzeit ich wird langsam dunkel wir haben uns ein bisschen was dickeres angezogen es wird gemütlich Fini hat schon unten im Zelt ihr Plätzchen gefunden die ist ganz müde, gell? Marcel schält die Zwiebeln für unser Rumstick heute Abend was gleich auf den Grill kommt ich zeig euch jetzt mal kurz wie unser Boot hier aufgebaut ist hier drüben haben wir Schlafbereich im Schutz des Blackhead Bootszeltes Fini darf da auch mit sich reinmupseln, gell? ja hier vorne haben wir uns einen Tisch hingestellt als Ablage da tun wir abends zusammen Essen hier unten an der Jaro Zelt Batterie wird gerade die ganze Technik aufgeladen dass ihr auf jeden Fall rattenscharfe Film und Fotoaufnahmen bekommt falls wir eine Aktion bekommen ja mega Stimmung jetzt hier am Altrhein mega Stimmung jetzt hier am Altrhein ich bin gespannt wir haben kurz vor elf am Altabend ist Ruhe eingekehrt und mein mobiler Bootsgrill der tuckert ganz gewaltig ich lass euch mal kurz teilhaben was es heute Abend noch gibt das wird richtig lecker Schmackowatzki bis zum Bis doch ist drauf ist gut ist gut ist guter Fisch ist guter Fisch ist guter Fisch voll Einschlag im Altabend hier voll Einschlag im Altabend auf den großen toten Köder Wahnsinn geht richtig vorwärts wir werden vom Boot weg gezogen weg von den Yachten die unterhalb von uns hängen geil Marcel hat mich hier am Rhein besucht und wir haben Glück das ist ein gutes Ding das ist ein 2 plus für den Rhein denke ich mir auch schön halten ich ziehe ihn rückwärts raus wenn ihn ins Holz geht das ist ein guter Fisch guck mal wie der steht ich strahle es mal ein bisschen rückwärts dagegen langsam jetzt schreie ihn der Wir haben den ganzen Krautbelag oben auf dem Alprein gesehen und wir haben eine Wassertiefe von 2,5 Meter. Das Vorfahrer ist zwei Meter lang und nur der Wirbel guckt oben raus und der Fisch steht unten in der Tiefe. Wahnsinn! Ich muss permanent mit dem Motor gegen den Fisch fahren. Der Fisch zieht uns hier durchs flache Wasser und Ende. Achtung, vom Boot weghalten, vom Boot weghalten. Überall dieses tote Gras hier auf dem Wasser und genau darunter stehen die Wälse und rundschere Beute. Achtung, der ein Clan ist frei. Das ist ein Schlauchprodukt. ㅋ Das ist ein Schlauchprodukt. Wir werden damit einen Infobox auf dem Aufbau der Rückseite fährt. Ein Einfluss auf dem Korb. Das ist ein Schlauchprodukt. Das ist ein Schlauchprodukt. Die Ghost Hooks haben perfekt gefasst vom Deadbait, eins sagen hängt frei, es ist schwierig jetzt auf dem Schlauchboot, aber ich denke, wir fliegen mal hin. Der zweite Ghost Hook ist komplett weg und jetzt so. Ein Ghost Hook, der zweite Ghost Hook hängt hier drüben, komplett weggezogen. Und hier kommt das Monster. Schaut euch mal dieses Ding an. Ich bin Marcel, wir zeigen uns gleich am Ufer. Der größte Fisch Deutschlands. So sieht's aus. So sieht's aus. Und wisst ihr, was das Wichtigste bei der ganzen Aktion war? Ich zeig's euch. Die Glückssocken. Petri Hall, mein Freund. Petri. Boll-Alarm. Auf jeden Fall. Hier im Altarm in Deutschland. Da knallt es. Da knallt's. Richtig. Wir haben uns jetzt mal schnell hier ein Plätzchen am Ufer gesucht und sind in die Warthosen geschwungen. Also die Röhre ist ein richtig guter Fisch. Fast so lang wie das 3,20 Meter Schlauchboot. Wir messen den jetzt mal hier kurz im Uferwasser und dann zeigt man euch. 2,21 Jungs. 2,21 Meter. Fast. Wir probieren mal das Monster hier aus dem Haltarm hochzunehmen. 2,21 Meter Schlauchboot. Mega. Für den Deutschen Rhein. Unfassbar. Wir sitzen hier mitten im Altarm-Schlamm. Aber guckt euch mal diese Röhre an. Geiler Fisch. Echt der Heil. Danke. Vielen Dank. Altarm-Angeln rockt. Obwohl ja alles voll mit diesem absterbenden, stinkenden Kraut. Kraut ist ja. Wahnsinn Style. Im Morgengrauen riss uns die Glocke erneut aus dem Schlafsack. Ein kleinerer Wels schnappte sich den Köder am Clone the Darkply. Ja. Musik Musik Einen wunderschönen guten Morgen, wir sind schon früh auf den Beinen, der Kaffee läuft auch gerade durch, weil hier im Altarm ging es heute früh schon richtig vorwärts. Wir hatten nicht nur eine tolle Angelnacht, tolle Fische gefangen, auf den Yachten ist noch alles ruhig, aber die ersten Paddler sind heute schon, ich glaube halb sechs, kurz vor sechs, hier durchgeschossen bei uns drüben am Ufer. Kurz vor fünf hatten wir noch einen Anklingler auf das Tauburmbündel unten an der Yacht, aber der Anschlag ging ins Leere, so schnell konnte ich auch mit der Videokamera nicht dabei sein, irgendwann muss jeder mal schlafen. Und dann hatten wir eben noch eine Kontrolle, die kam mit dem Auto hier direkt ans Boot, war mir etwas erstaunt, sowas sieht man ja auch nicht alle Tage, plötzlich hupt es, ich aus dem Schlafsack raus, denke, was denn das, höre eine Autotür, gucke vorbei und da steht der Kontrolleur mit seinem Auto direkt neben uns auf dem Wasser. Musik 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 War aber alles easy going, er war zufrieden mit dem Auto direkt mit dem Auto direkt neben uns auf dem Wasser. Mit unserer Angelart und Angeltechnik hier im Altarm und ist abgezogen. Wir werden jetzt die Anker liften, vielleicht noch ein bisschen weiter hoch in den Flachwasserbereich gehen, wo wir gestern einen großen Brassenschwarm gesehen haben, schauen uns dort mal um, ansonsten haben wir noch viele andere Altarme hier in unserer Nähe, in unserem Einzugsgebiet, die wir erreichen können und wo wir wahrscheinlich spannende Abenteuer, eine spannende Fischerei erleben können. Wir genießen jetzt unseren Kaffee und sehen uns beim nächsten Video. Alles Gute für euch, dicke Fische, euer Stefan. Ciao, ciao. Ciao.